Es ist Montag, 7 Uhr. Zeit für den Montagswitz. Was macht die Frau von Stevie Wonder, wenn wir zwei einen Ehestreit haben? Sie stellt die Möbel um. Das war der Montagswitz für die Woche. Es war wieder ein Witz von Boris Trinkler. Vielen Dank. Er hat mir per Mail einige Witze geschickt. Darum darf ich jetzt die Boris Trinkler-Wochen offiziell einleiten. Die nächsten Montagswitze sind alle von ihm. Ich bin schon gespannt, ich hoffe ihr auch. Erzählt ihnen weiter, habt eine schöne Woche damit. Und wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst, freue ich mich auch darüber. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis bald. Papa.